Die nachhaltige Geldanlage liegt voll im Trend. Doch wie erkenne ich als Anleger einen wirklich nachhaltigen Fonds? Das und mehr zeigen wir Ihnen jetzt. 2020 legten europäische Anleger doppelt so viel Geld in ESG-Fonds an, wie noch im Jahr zuvor. Auch bei der Performance konnten ESG-Fonds punkten. Immer mehr Anleger wünschen sich mehr Nachhaltigkeit in ihrer Geldanlage und auch die EU möchte die Finanzwelt zu immer mehr grünen Investments bewegen. Doch wie erkenne ich als Anleger einen wirklich nachhaltigen Fonds? Welche ESG-Strategien gibt es und welche Tools helfen mir, diese Nachhaltigkeit auch zu bewerten? Antworten auf diese Fragen erhalten Sie nun von Daniel Arndt, Teamleiter Portfolio Management und Analyse. Die Klimakrise und soziale Ungerechtigkeiten gehören zu den zentralen Herausforderungen unserer Zeit. In unserem ersten ESG-Film haben wir festgestellt, dass nachhaltige Geldanlagen ihren Beitrag leisten, diese Herausforderungen zu bewältigen. Zum Beispiel, indem weltweit Finanzströme in Richtung verantwortungsvoll agierende Unternehmen gelenkt werden. Wie passend, dass immer mehr Fondsgesellschaften ihre Produktpalette derzeit auf Nachhaltigkeit umstellen. Bereits 30% aller Fonds und ETFs sind schon heute in die 2021 eingeführten Kriterien des Artikel 8 und knapp 4% sogar in die des strengeren Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung eingestuft. Artikel 8-Fonds, auch Light Green genannt, müssen Nachhaltigkeitskriterien beinhalten, aber kein explizites Nachhaltigkeitsziel verfolgen. Bei Artikel 9-Fonds, auch als Dark Green bezeichnet, muss dagegen ein ganz bestimmtes messbares ESG-Ziel angestrebt werden. Das heißt, es muss nachweislich eine Wirkung, also ein Impact erzielt werden. Übrig bleiben die sogenannten Artikel 6-Fonds, die keine ESG-Kriterien einbeziehen. Die Geschwindigkeit, mit der diese Umstellung tausender Fonds anstatten geht, lässt derweil staunen. So prognostiziert Morningstar, dass 2022 schon 50% aller Fonds als nachhaltig gelten könnten. Dies stimmt uns Fondsanalysten skeptisch. Durch die rasant gestiegene Zahl nachhaltiger Fonds wird die Wahl für Berater und Anleger immer schwerer. Vor allem Greenwashing, also der grüne Anstrich wenig nachhaltiger Fonds, bereitet uns Kopf zu brechen. Zum einen fehlen noch immer einheitliche Kriterien zur konkreten Klassifizierung, weshalb man sich auf teilweise widersprüchliche ESG-Bewertungen privater Ratinganbieter verlassen muss. Zum anderen entscheiden Fondsgesellschaften selbst über die Einstufung ihrer Produkte. Mit nur kleinen Änderungen, zum Beispiel Streichung einzelner Aktien, lassen sich Fonds als Artikel 8-Produkte und damit als nachhaltig vermarkten. Ab August 2022 müssen Berater voraussichtlich die Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden erfragen und die passenden Investments wählen. Dann wird es einen umfangreichen Kriterienkatalog und auch definierte Umweltziele geben, anhand dessen Fonds eingestuft werden müssen. Schon allein deswegen werden mehr Produkte mit grünen Nabels lanciert werden und der ESG-Produktdschungel anwachsen. Doch wie erkenne ich einen wirklich nachhaltigen Fonds? Welche Strategien gibt es? Welche Tools sind besonders geeignet, Nachhaltigkeit zu bewerten? Keine Nachhaltigkeitsstrategie ist per se richtig oder falsch. Daher hat sich eine große Bandbreite von pragmatischen bis hin zu sehr strengen ESG-Ansätzen etabliert. Zu den einfachen ESG-Ansätzen gehören zum Beispiel Best-in-Class-Ansätze, bei denen innerhalb einer bestimmten Gruppe in die jeweils vorbildlichsten Unternehmen und Staaten investiert wird. Dies geschieht aber eben auch in Sektoren, die an sich nicht als nachhaltig eingestuft werden können, zum Beispiel der Ölsektor. Die meisten Fonds verwenden Ausschlusskriterien, wie Ausschlüsse von Kinderarbeit, fossilen Brennstoffen und Waffen. Die Verwendung von Ausschlusskriterien kann bei umfangreicher und konsequenter Umsetzung zu einer guten Ausgangsbasis an nachhaltigen Investments führen. Mit der Investition in Unternehmen, die den Kampf gegen den Klimawandel, soziale Ungerechtigkeiten oder unverantwortliche Unternehmensführungen vorantreiben, können Anleger gezielt thematisch investieren und Chancen wahrnehmen. Zum Beispiel in Themen wie erneuerbare Energien oder die Kreislaufökonomie. Der Klimawandel, Umweltverschmutzung oder schlechte Arbeits- und Sozialbedingungen sind hier nicht nur griffige Marketingfloskeln, sondern vielmehr echte Risiken. Vor allem Geschäfts- und Finanzrisiken für Unternehmen, Branchen und ganze Volkswirtschaften. Über eine ESG-Integration fließen diese Risiken direkt in die Wertpapierbewertung und somit in die Berechnung des Rendite-Risikopotenzials der Investments ein. Während die vorherigen ESG-Strategien ausschließlich den Status Quo betrachten, macht es sich das sogenannte Engagement zur Aufgabe, über einen aktiven und konstruktiven Dialog mit den Firmen und Staaten gezielt Verbesserungen anzustoßen. Die Königsdisziplin der nachhaltigen Geldanlage ist das sogenannte Impact Investing, bei dem man mit seinen Investments eine konkrete ökologische oder soziale Wirkung erzielt. Diese Produkte sind jedoch nur selten zu finden und der tatsächliche Einfluss sowie die Messung der Wirkung sind schwer. Selbst bei Verwendung der strengsten ESG-Ansätze mit hohen Anforderungen darf man sich nicht der Illusion hingeben, mit Aktien oder Anleihen ausnahmslos, umweltschonend und sozialgerecht agieren zu können. Mit diesen Investments kann nämlich immer nur ein mittelbarer Einfluss auf die Klimabilanz und Sozialbedingungen genommen werden. Die Wahl des richtigen ESG-Produkts hängt schlussendlich aber immer auch von den Ansprüchen des Investors ab. Möchte er neben offensichtlichen Ausschlüssen eben auch Atomkraft oder Gentechnik ausschließen? All dies gilt es zukünftig bei Verfügbarkeit besserer ESG-Daten im Anlagegespräch oder bei der Wertpapierauswahl abzuklären. Um als Anleger nicht den Wolf im Schafspelz angeboten zu bekommen, sollte die ESG-Strategie eines Fonds genau geprüft werden. Der kritische Blick in die Top 10 Bestandteile eines aktiven Fonds kann bereits einen ersten Anhaltspunkt geben. Ob sich dessen Manager an den angestrebten Ansatz hält? Die größten Aktienpositionen sind besonders repräsentativ und machen den Fonds aufgrund ihrer Relevanz für die Performance bei Nachhaltigkeitsrisiken besonders verwundbar. Für Privatanleger schwierig bis kaum umsetzbar sind derweil Fondsmanagement-Gespräche, die wir im Research nutzen, um kritische Fragen zu kontroversen Aktien, aber auch vermeintlichen Vorzeigeinvestments zu stellen. Darüber hinaus prüfen wir, ob Verbesserungen bei Unternehmen angestrebt werden und welche konkreten Auswirkungen diese haben. Mit Tools wie Morningstar Sustainability, MSCI ESG Fundrating und ISS ESG sowie dem FNG-Siegel lassen sich Fonds und ETFs ebenfalls prüfen. Wichtig dabei ist, sich nicht nur auf die Ratings zu verlassen, sondern zum Beispiel auch die konkrete CO2-Bilanz zu prüfen. Aktuell werden allerdings meist nur CO2-Emissionen der Kategorie 1, also der Produktion, und 2 der Energieverwendung gemessen, während die viel höheren, aber nur sehr aufwendig messbaren Kategorie 3-Emissionen aus den Produktlebenszyklen außen vorbleiben. Will man Greenwashing aufspüren, reicht es jedenfalls nicht, sich auf Fondsnamen oder Broschüren zu verlassen. Der genaue Blick in einzelne Fonds und ETFs ist unerlässlich. Viele aktive Investoren nehmen umfassende Unternehmensbewertungen vor, die ESG-Risiken als Teil der Finanzrisiken untersuchen. Somit handeln sie inhärent verantwortungsvoll und können die Nachhaltigkeit besonders umfassend beurteilen. Im Vergleich zu ETFs liegt der Fokus zum Beispiel bei vielen der von uns empfohlenen ESG-Fonds nicht nur auf der heutigen Nachhaltigkeit, sondern unter anderem auch auf der Verbesserung der internen Organisation, Produktion und Lieferkette sowie der Endprodukte der Firmen. Ein aktiver Investor bezieht Nachhaltigkeitsrisiken, zum Beispiel Umweltschäden oder Menschenrechtsverletzungen, sowie fehlende Kontrollorgane in die Aktienbewertung ein, geht in einen Dialog mit den Firmenchefs und macht gezielte Verbesserungsvorschläge. Darüber hinaus sucht er konkrete Chancen, die man zum Beispiel neuen, mit Nachhaltigkeit verbundenen Geschäftsfeldern, wie der künstlichen Intelligenz oder erneuerbaren Energien findet. Fondsgesellschaften beschäftigen idealerweise eigene ESG-Analysten, um ihre Investments zu beurteilen. Das war der Überblick über die ESG-Strategien bei der Geldanlage und unseren Tipps, wie man Fonds und ETFs am besten auf Nachhaltigkeit prüft. In unserem nächsten Film zeigen wir Ihnen konkrete ESG-Fonds und wie wir diese zum Beispiel in Musterportfolios oder der Vermögensverwaltung Comfort Invest einsetzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und nun zurück zu Wolfgang. Das Streben nach mehr Nachhaltigkeit wird in unser aller Leben zukünftig immer mehr Platz einnehmen. Auch der nachhaltigen Geldanlage gehört die Zukunft. Doch sie bleibt eine komplexe Angelegenheit. Ohne intensive Analyse drohen böse Überraschungen. Partnern der ForFinance und ihren Kunden stehen mit unseren ESG-Vorempfehlungen und unseren nachhaltigen Portfolios in unserer Vermögensverwaltung Comfort Invest. Übrigens geprüfte und aussichtsreiche Nachhaltigkeitsinvestments zur Verfügung. Und das war es schon wieder direkt aus der Investmentabteilung der ForFinance. Und nun wünsche ich Ihnen wie immer ein gutes Händchen bei den Anlageentscheidungen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.